hallo ein brief von henning ist gekommen hallo papa und mama hallo ebenbild von edibe wie geht es euch von henning seit ich am 2 juli 2020 von island aufgebrochen bin habe ich mich bisher auf 21 inseln umgeschaut es war nicht immer einfach aber insgesamt habe ich alles gut gemeistert momentan bin ich auf ist die insel gefällt mir so gut dass ich euch sofort davon berichten musste die bewohner hier waren so nett zu mir dass mein dankbarkeitsleben auf 10 gestiegen ist darf ich vorstellen dass auf dem foto ist emsitian wir haben uns angefreundet ich muss bald wieder aufbrechen aber ich werde an euch denken schön mal wieder etwas von henning zu hören weiterhin gute reise